ja hallo leute willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal eine kleine mischung und zwar geht es um den alwaha erdbeeren und ein bisschen minze und da die minze von mizu ja doch relativ stark ist mache ich hier nur ungefähr so achtzig zwanzig siebzig dreißig mische jetzt wird dann wieder mehr weil zu viel ist dann auch nicht schön also wenn ihr zu viel minze also wenn ihr mal eine mischung macht und zu viel minze dann rein macht dann schmeckt ihr bloß noch die minze raus das ist dann auch nicht mehr schön so dann sollte das reichen ja genau so hier also das braune ist die minze so die kohlen gehen auch gerade an müssten auch gleich fertig sein ich rauche mit dem mit dem kokoskohl gestern habe ich ja irgendwie ist das alles ganz schön dunkel gut egal ähm gestern habe ich ja mit dem mit dem fall hier geraucht ähm wo ich den alkaschmir irgendwas zitrone vorgestellt habe und ja es lag bestimmt nicht am tabak dass er so trocken war dass er nicht so gut geraucht hat es wird einfach daran gelegen haben dass drei bricos einfach nicht mehr bei der kompletten rundlochung reichen das ist meine rundlochung ja und werde ich gleich mal die kohle holen und dann sehen wir uns gleich wieder so da bin ich auch schon wieder so ja die kohlen ich muss immer wieder betonen die kokoskohle vier stück sind wunderbar so ja seit einer stunde habe ich schluss erstmal vorne schönen Döner reingezogen und jetzt gibt es ein kleines review über einen kleinen mix erdbeerminze gucken ob es was taucht gut ja schon mal ganz angenehm ich könnte mal in die kommentare schreiben was ihr schon so alles schönes gemixt hat vielleicht habe ich das auch zu hause dann kann ich das ja mal probieren ja war denke ich mal ganz gut dass ich weniger minze genommen habe also es ist schön frisch leckere erdbeere habe ich ja schon reviewt riecht genau nach diesen roten dünnen gummi schlangen schön süß erfrischend süße erdbeeren schöne frische minze zieht schön in den hals ja auch wird ja auch langsam ja da gibt es eigentlich gar nichts mehr als meckern ja was habe ich denn noch ähm ich bekomme jetzt die Tage aus dem Schichterfreundeforum habe ich einem Kollegen was abgekauft da kann ich ja mal ganz schnell gucken was ich ähm was ich mir denn alles geholt habe also waren glaube ich keine Ahnung sieben Sorten oder so ähm wo war denn das so was haben wir denn hier schönes ähm auf jeden Fall war glaube ich Star Wars dabei das war eine sehr kleinere hier hast du ja so was irgendwie die 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 Champagner, glaube ich, dabei, Champagner-Tabak, weiß gar nicht, da stand, glaube ich, gar nicht die Marke, von wem das jetzt war, direkt, so, Tabak, 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 diese und das, ja, finde ich jetzt irgendwie gar nicht auf Anhieb, ich werde es mal in die Kommentare schreiben, ähm, ach Quatsch, in die Kommentare, in die Videobeschreibung, ähm, sind, glaube ich, 5, 6, 7 Sorten, äh, könnt ihr euch mal durchlesen, und dann könnt ihr mir ja mal eine PN schreiben, oder schreibt es in die Kommentare, was ich denn als erstes mal reviewen soll, und, dann schauen wir mal, was ich, was ich denn hier alles vorstellen soll, ähm, das Video zieht sich jetzt schon wieder etwas hin, äh, ich mache ja mal kurz einen Cut, und dann melde ich mich gleich wieder, So, Freunde, jetzt habe ich es gerade gefunden, und zwar, was bekomme ich denn? Starburst Citrus Mist, ähm, Sherbetli Sherry, oder Serbetli, weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird, äh, Sherbetli Peach, Sherbetli Red Apple, dann Champagner, keine Ahnung, von welchen Tabakhersteller es ist, Social Smoke Twisted, allfacher Energy, und allfacher Schokolade, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wird bestimmt als erstes der, der Tyson, wird bestimmt sein, sein erstes Kombi wiedergeben, also, was ich gespannt bin, ist der Sherbetli Red Apple, ja, ähm, Nagler Doppelapfel, war bestimmt der erste Tabak, den jeder hatte, oder Nagler Kirsch, mal gucken, ob immer noch so eine extreme Anisnote da ist, bin ich sehr gespannt, ja, dann rauche ich noch das Köpfchen auf, und dann gucken wir mal, vielleicht kommt heute noch was rein, oder, ja, ich denke mal morgen, also, auf jeden Fall am Wochenende, gibt es dann noch ein Video, ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis dann, ciao.